Einer meiner Professoren am Bibelseminar sagte einmal, das Buch der Sprüche wurde für kleine Prinzen und Prinzessinnen geschrieben, um sie darauf vorzubereiten, eines Tages als Könige und Königinnen über das Königreich Israel zu herrschen. Kein schlechter Gedanke und sicherlich hilft er uns, die Belehrungen aus dem Buch der Sprüche besser zu verstehen. Das Buch der Sprüche legt besonders viel Wert auf Charakter. In den Sprüchen finden wir zum Beispiel den Dummkopf, den Einfältigen oder Naiven. Wir finden den Spötter und den Faulen. Der Faule ist der, der sich im Bett dreht wie die Tür in der Angel. Und dann finden wir noch den Weisen. Meiner Meinung nach legt das Buch der Sprüche so viel Wert auf den Charakter eines Menschen, weil viele unserer Entscheidungen davon abhängen, mit wem wir Umgang pflegen. Uns wird zum Beispiel gesagt, dass es dumm ist, einen Faulen einen Auftrag zu geben. Einen faulen Arbeiter will man nicht einstellen. Auch wäre es dumm, einen Unruhestifter in seinem Team zu haben. Wir fällen Entscheidungen also aufgrund von Charaktereigenschaften. In Sprüche 1 finden wir die Aufforderung, uns nicht auf Menschen einzulassen, die gewalttätig sind und andere berauben, sondern vielmehr der Weisheit nachzujagen. Das Buch der Sprüche betont den Charakter eines Menschen, damit wir wissen, auf wen wir hören sollen, wessen Rat wir annehmen sollen, mit wem wir befreundet sein sollen. Und ich würde noch hinzufügen, wen wir als Ehepartner wählen sollen. Das sollte hauptsächlich vom Charakter eines Menschen abhängen. Da ist es für mich nicht verwunderlich, dass die Voraussetzungen eines Ältesten im Neuen Testament, in 1. Timotheus Kapitel 3 und Titus 1, sehr viel mit dem Charakter eines Mannes zu tun haben. Wenn wir uns im Moment mit Satan und seinem Widerstand beschäftigen, ist es daher angebracht, kurz über seinen Charakter nachzudenken. Welche Wesenszüge finden wir bei ihm und was sagt uns das hinsichtlich seiner Methoden in unserem Leben? Folgende Aufzählung ist nicht unbedingt chronologisch, aber uns wird als erstes gesagt, dass Satan ein Lügner und Mörder ist. Jesus sagt das in Johannes Kapitel 8, Vers 44. Wir sollten nicht erwarten, dass er die Wahrheit spricht, sondern damit rechnen, dass er unser Leben zerstören will. Zweitens ist er ein Versucher. Das sehen wir klar in 1. Mose Kapitel 3. Wie Satan, Adam und Eva versucht. Hauptsächlich benutzt er Eva, um Adam zu versuchen, Gott ungehorsam zu sein. Die unmittelbare Folge ist dann der Tod. Er ist der Versucher. In Matthäus 4 und Lukas 4 lesen wir von der Versuchung unseres Herrn Jesus Christus. Er will unseren Herrn zur Handlung bringen, die im Widerspruch zu seinem Wesen und Auftrag stehen. In Offenbarung Kapitel 12, Vers 10 wird er der Ankläger der Brüder genannt. Er verführt dich nicht nur zur Sünde, sondern klagt dich anschließend an und betont die Schuld, die daraus resultiert. So kriegt er uns zweimal. Er ist arrogant. Das sehen wir an den Versprechen, die er unserem Herrn Jesus bei seiner Versuchung macht. Er tut so, als hätte er mehr Macht, als er tatsächlich hat. Er spricht mit Eva so, als wüsste er alles, indem er sogar das korrigiert, was Gott ihr gesagt hatte. Überall finden wir seine Arroganz und seine Helfer manifestieren die gleiche Arroganz. Das sehen wir auch bei den Königen, die in Jesaja Kapitel 14 und Ezekiel Kapitel 28 beschrieben werden. Extreme Arroganz. Erinnerst du dich zum Beispiel an Lukas Kapitel 22, als Jesus in Vers 31 zu Petrus sagt, Satan hatte euch haben wollen, um euch durchsieben zu können, wie den Weizen. Das klingt für mich sehr anmaßend. Er ist ein Dieb. Wir lesen in der Schrift, dass nachdem der Same ausgestreut wurde, der Teufel ihn wegnimmt, sodass er nicht aufgeht und wächst. Er ist der Betrüger. Er betrügt die Geschwister und alle Menschen. Paulus sagt, dass er in Sorge ist, dass der Teufel die Gemeinde in Korinth irreführt, wie er das bei Eva im Garten Eden getan hat. Er ist böse. Im Neuen Testament wird er der Böse genannt und er ist der Anführer aller bösen Geister, die ihm dienen. Und schließlich lesen wir, dass der Teufel zerstören will. In 1. Petrus Kapitel 5 Vers 8 lesen wir, dass er wie ein brüllender Löwe umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Er will uns und das Werk, das Gott in uns und in unseren Gemeinden begonnen hat, zerstören. Diese finstere Seite kann uns Angst machen und damit will ich mich nicht gerne länger befassen. Darum möchte ich Folgendes vorschlagen. Wenn wir über Satan und seine Eigenschaften nachdenken, dann lasst sie uns im Kontrast zu unserem Herrn Jesus betrachten. Ich habe nur einige gewählt, die uns aber den Unterschied zwischen Satan und unserem Herrn sehr deutlich zeigen. Satan ist ein Lügner. Johannes 8, 44. Jesus ist die Wahrheit. Johannes 14, Vers 6. Satan ist ein Mörder. Wieder Johannes 8, 44. Jesus ist das Leben. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er gibt das Leben. Satan ist böse. Matthäus 13, Vers 19. Unser Herr ist heilig. 1. Petrus 1, Vers 15 bis 19. Satan ist der Versucher, der uns zur Sünde verführt. 1. Mose 3. Und unser Herr Jesus ist derjenige, Epheser 5, Vers 25, 27, der uns reinigt und heiligt. Satan ist unser Ankläger. Das finden wir in Offenbarung 12, Vers 10. Unser Herr ist unser Anwalt vor dem Vater. In 1. Johannes 2, Vers 1. Satan ist der, der stiehlt. Er ist ein Dieb. Markus 4, Vers 15. Unser Herr Jesus ist der, der gibt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Jakobus schreibt, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Er ist der Geber aller guten Gaben. Satan ist arrogant, wie wir bereits gesehen haben. Unser Herr ist demütig. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr müde und beladen seid. Er sagt, ich bin freundlich und von Herzen demütig. Meine Last ist leicht. So möchte ich diese Betrachtungen schließen mit dem Herrn Jesus und seiner Schönheit, der totale Gegensatz zu dem, was wir bei Satan finden. Wie wunderbar, dass wir aus diesem Reich der Finsternis mit dessen Herrscher befreit wurden und jetzt dem König der Schönheit und der Heiligkeit dienen dürfen. Wir sind seine Söhne und Töchter. Dafür sollten wir dankbar sein und ihm gerne dienen. Wir sind dankbar für das, und wir sind dankbar für das, und wir sind dankbar für ihn. Wir sind dankbar für das, und 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 wir sind dankbar für